Die neue MZ News App können Sie ganz einfach und kostenlos aus dem App Store herunterladen. Wir zeigen Ihnen, wie das geht. Öffnen Sie den App Store auf Ihrem iPad und berühren Sie das Feld Suchen. Geben Sie in der Suchleiste ein, dass Sie nach der MZ News App suchen und berühren Sie das blaue Feld Suchen unten rechts. Sie sehen nun die News App mit dem MZ Logo. Klicken Sie auf das Feld Laden und nachdem sich dieses verändert hat auf Installieren, um die App herunterzuladen. Der Kreis signalisiert Ihnen, dass der Vorgang gestartet ist. Verlassen Sie nun den App Store durch Drücken des Home Buttons. Sie finden Ihre MZ News App nun auf Ihrem Bildschirm. Sie wurde an Ihre bereits früher installierten Apps gereiht. Eventuell müssen Sie deswegen zunächst auf eine weiter hinten gelegene Seite Ihrer Ansicht wechseln. Öffnen Sie die App durch Berühren. In unserem Tutorial zur MZ News App erklären wir Ihnen die umfangreichen Funktionen der Anwendung. Wir wünschen viel Spaß mit der MZ News App. Mit der MZ News App 어쩌. In unserem Tutorial zu uns die Kf incluieren.